Das sind hier die Villen mit unten mit dem schönen Parkplatz als Holz für die Boote, rechts haben sie vorne eine Mauer zum Sonnen und hier sind die von Gstaad bis vorne. Alles der Ausguck und jetzt geht es hier gleich um die Ecke. Das ist das alte Kloster von Herrn Kim, die Anlegestelle. Sieht man hier jetzt auch die Herreninsel rechts neben die Krautinsel und hinten nach die Fraueninsel. Und wir sind jetzt wieder unterwegs mit unserem Trittboot, beim Essen gerade, machen wir Jause.